Hallo Hi Ne, also, jetzt kann ich sofort erklären Die letzte Aufnahme ist abgeschmiert Deswegen ist ein Teil abgebrochen worden Hier ist gleich einer Freitag So Willkommen zurück Ich versuche hier besser zu werden, schaffe ich aber irgendwie nicht Warum auch immer Ja, ja Ja, ja Ich glaube, ich wechsle gleich einfach mal auf die 1,8 Wer will Party, der in PvP nicht so bad, 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 bad is, bad, ich bin bad Leider Ach man, warum bin ich so schlecht Fragt ihr euch auch, fragt ihr euch das auch manchmal? Nein Nein Ihr seid Glückspilzer Ich spiele halt nie so oft PvP in Minecraft Da ist meine Kiste, man, da ist meine Kiste Okay, nicht da meine Kiste Boah Ich hab keine Freunde Ey, du willst Du willst mich noch mal in Gang Und weh, ich sterbe jetzt gleich Ja komm, verpiss dich Genau, ich wollte Schinken anziehen Das ist ne gute Taktik Wenn du Schinken hast, dann sofort am besten anziehen Weil Schinken verteidigt dich Super gut Super gut Oh, ich hab nen Bogen Und Pfeile Das ist gut Hier ist nur noch ein Schwert Hier nur noch ein Schwert Schau, schau, ich hab ihn nicht Ich find ihn, doi Ne Angel Und hier bitte ein Schwert Ne, ne Brust Ne Sieht ja nicht so aus, als ob ich ein Schwert oder so bräuchte Nein Okay, Top Ten Wie immer Die haben alle ein Schwert Die haben allesamt ein Schwert Ne Verpiss dich Ja Alter Alter, ich hab 10.000 Bögen, ne Aber kein Schwert Ja, das ist schon Richtiger Abfuck Müsst du ein richtiger Abfuck sein Ja, Deathmatch Deathmatch Ja, klar Mach's noch komplizierter Komplizierter für mich Alter Alter Das ist natürlich sehr fair, ne Ich pack gleich einfach meine Bogenskills raus Ich schaff das nicht Ich weiß das Ja, Ausrüstung habe ich gut, ne Aber Puh Kann nicht man schon Vielleicht hab ich ja noch mein Glück Irgendwo hier so Ne Mein Glück ist nicht da Ach man Ach man Acht verbliebene Spieler Super Ja Ja Eingekillt, ne Ich könnte vielleicht noch meinen Den Kampf hier mit meiner Angel Bestreiten Der hat ein Schwert Hä, wo sind die anderen Oh Hä, warum sehe ich nur noch Drei Vier Vier Vier, fünf Fünf, okay Wir sind die letzten Team, glaube ich sogar Das ist das Schlimmste, wenn man Ich hab Millionen Engel Ja, ich hab Millionen Engel Wow Wow Ja Das war's. Das war's. Ich krieg immer die abgefucktesten Stellen im Spiel. Ich krieg immer die abgefucktesten. Ich hatte bisher noch nicht eine gute Stelle. Nicht eine. Meine. Boah, ihr Scheißspieler hier, ne? Boah. Meine Fresse. Ich bin Platz 39.930. Super. Also für mich, ey, ist das... Ist das was Tohles, ne? Was Tohles Tohles. Wer Team? Nein. Ah. Ah. Mann. Ey, das ist so richtig scheiße, wenn du ne Scheiß-Map bekommst. Also, dann hast du verschissen. Das ist auch... Na dann, okay, okay, eins, zwei, drei, okay. Weh, ich krieg jetzt nicht sofort ein Schwert. Boah, diese... ... von Minecraft, ne? Boah. Dieses Abfuck-Spiel. Meine Fresse. Boah, wie... Ich... Ich musste... Ich... Boah. Boah. Puh. Puh. Ey, weißt du was, hast du sofort ein Schwert. Du darfst wirklich... Du darfst wirklich nur das Wichtigste nehmen. Du darfst nicht essen oder so, ne? Boah, das ist doch einfach nur Abfuck. Mein Gott. Ich hoffe, jetzt habe ich bessere Karten. Wenn ja, das wäre schön. Ich könnte das einfach auch Gameplay nennen, weil ich so wenig rede. Eins, oh... Da bin ich wieder von 10 Milliarden Menschen umzingelt. Oh, okay. Is Concentration Concentration over 9000 Barbaras Dreisand Nein! Boah! Das wäre jetzt lustig, wäre ich da einfach reingelaufen So, jetzt bin ich tot Jetzt bin ich tot I know that I know that I know that Full Iron Full Iron Das hört sich gut an Ist das auch? Nein Das ist es nicht Weil alle natürlich auf mich gehen Ja, alle gehen natürlich auf mich Oder das ist ein Team Da ist ein Team Pass auf, das ist ein Team Warte mal